Hier kommen wir nicht rein. Ist verschlossen. Hier geht's hoch. Du schaust nach. Ich warte. Okay, warte. Okay, Sally, alles klar. Komm hoch. Hey, hilf mir mit der Tür. Halt, halt, halt. Wir wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Oh ja, richtig. Ich gehe oben entlang. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Wow. Alles gut. Ja, einigermaßen. Oh shit. Jetzt schon? Das habe ich gebraucht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was ist das? Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe... Weiter nach ihm suchen. Na los, alles klar. Wo warst du denn? Äh, nirgendwo. Na los, hilf mir doch mal. Na los, hier lang. Wir müssen uns beeilen. Sully, hier drüben. Geh zurück. Geh zurück. Lass mich runter. Ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schau's mir an. 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 Oh Mist, komm schon. Sully, hilf mir mal. Hier wimmelt es von Agenten. Cassa und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Verdammt noch mal. Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Na ja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt. Vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der British Occult Secret Service. Die School of Night. Der Hellfire Club. Die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Worthingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey Leute. W-w-w-w-warte, warte. Und Malo und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar, klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius. Est sicud quod est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur da rüber... Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Und jetzt? Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus reinschleichen und rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Sie sind hier. Wir müssen sie nur finden. Warten nur, wenn sie Kasse zum Passen kriegen. Und die anderen beiden? Sie sind tot. Herbert hat sie in Frankreich erledigt. Das wird gesagt, Sie sind tot. Es gibt600 대해서. Er were ist nicht bare, was! Der Weg, der Wegk타� Graduate ist ges Child 초. Und die müsste nicht noch zu年前 werden. Sie wissen, Frau, Sie sind tot. ... 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 Was ist das? Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Also, gehen wir hoch und sehen, was los ist. Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Ja, okay. Hups! Ist klar, runter. Komm, folgt mir. Uff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. Komm schon, wir müssen sie einholen. Seid ihr okay? Zumindest in einem Stück. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. Gut, das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll! Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich? Einem Heiligtum? Eine Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Ja, okay. Nein! Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer war es? Nein, nein, nein! Shit. Er ist weg. Was zur Hölle? Hey, Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hierher. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat der üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut. Hau ab. Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Wie machen wir das? Ja, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Markiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch haben wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, ähm, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Was ist das? Sali, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie. Komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Da müssen wir uns wohl durchgletschen. Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Alles klar.